Dann sind wir diesmal im Tierheim in Gröbern zu Gast und das ist die kleine Maxi. Maxi ist eine richtige schmuse Katze, sie ist ungefähr zehn Jahre alt, ein Perser Mischling, sie möchte alleine sein, also sie möchte Einzelprinzessin sein, ist eine reine Wohnungskatze und sie sucht einfach einen netten Sofaplatz, eine nette Familie, die es mit ihr nun mal richtig kuschelig meint. Also die Maxi ist hier im Tierheim in Gröbern auf der Suche nach einer eigenen Familie.